Eine mega starke Rentenerhöhung im Jahr 2022 wird erwartet. Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von Rentenbescheid24.de. Am 11.11.2020 hat der Vorstandsvorsitzende der Deutschen Rentenversicherung, Herr Gunkel, es veröffentlicht. Ich darf es vorlesen. Die Deutsche Rentenversicherung erwartet für das Jahr 2022 in den alten Bundesländern 4,8% Rentenerhöhung und in den neuen Ländern 5,6% Rentenerhöhung. Und zwar liegt der Grund darin, dass die beitragspflichtigen Einnahmen pro Kopf um rund 2% höher ausfallen werden als die entsprechende Entwicklung in der volkswirtschaftlichen Gesamtrechnung, VGR genannt. Wir können uns 2022 für alle Rentnerinnen und Rentner in Deutschland freuen. Es gibt eine ordentliche Rentenerhöhung und zwar im Schnitt um 5%. Und das ist doch mal eine gute Botschaft. Hingegen wir im Jahr 2021 im Westen definitiv keine Rentenerhöhung bekommen werden und im Osten nur eine kleine Rentenerhöhung um 0,72%. Näheres zu diesem Thema finden Sie auf www.rentenbescheid24.de. Ich wünsche Ihnen eine rentenstarke Woche. Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel Ich wünsche Ihnen ein paar Minuten, bis zum nächsten Mal, bis zum nächsten Mal, bis zum nächsten Mal, bis zum nächsten Mal, bis zum nächsten Mal. Ich wünsche Ihnen ein paar Minuten, bis zum nächsten Mal, bis zum nächsten Mal.